Bayer Leverkusen ist die Mannschaft der Stunde. Nicht Bayern, Dortmund, Leipzig, nein. Bundesliga-Tabellenführer ist nach zwölf Spieltagen die Werkself. Was wir gut machen, ist einfach, dass wir wirklich als Team agieren, dass jeder Spieler, der reinkommt, der jemanden ersetzen muss, trotz vielen Verletzungen oder Aussätzen, dass da jeder die Qualität aufruft, dass jeder das Potenzial da auf dem Spiel zeigt und dass wir die Chancen nutzen und als Team gut agieren. Und dass dieses Team so gut agiert, hätten angesichts der Abgänge von Leistungsträgern zum Saisonstart wohl nur die wenigsten gedacht. Fernando Carro, Bayers Macher im Hintergrund, aber schon. Wir wissen, dass wir eine Mannschaft haben mit hoher Qualität, dass sie ein Riesenpotenzial hat, dass sie das jetzt abrufen. Wir haben ja den Weggang von Kevin Volland durch Patrick Schick ersetzt und der Weggang von Kai Havertz hat uns ja auch nicht überrascht. Das wussten wir ja schon ein bisschen länger, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er geht. Und deswegen haben wir ja in den Jahren davor auch mit Perspektive Leute geholt und Spieler geholt, die jetzt einfach ihr Potenzial auch zeigen und auf dem Platz zeigen, was die alles können. Der Qualität der Mannschaft, der Qualität des Trainerstabes und den Ehrgeiz, den wir haben, die Gierigkeit, das wussten wir ja schon vorher. Stichwort Gierigkeit. Die bisher ungeschlagene Elf von Peter Bosz ist nicht nur hungrig nach Siegen. In Leverkusen wird jetzt sogar noch eine Nummer größer gedacht. Wenn man seit 1993 keinen Titel geholt hat, dann hätte natürlich ein Titel für Bayer Leverkusen schon eine große Bedeutung. Es wäre auf jeden Fall eine Riesenfreude für alle Fans von Bayer Leverkusen. Es wäre eine Riesenfreude für alle Spieler, für den Trainerstab, für alle Mitarbeiter, für das Management. Also es hat schon eine hohe Bedeutung. Das ist auch eine Sache, die wir ja auch wollen. Ja, die Sehnsucht nach Titel ist in Leverkusen groß. Das kann man sagen. Das habe ich von Anfang an hier gemerkt. Und eigentlich habe ich ja auch die Meinung, dass die Geschichte Bayer Leverkusen einen Titel, eine Meisterschaft, sogar eine Schale eigentlich schuldet. Ganz unverblümt nimmt er hier das M-Wort in den Mund. Tiefstapeln, auch vor dem Topspiel am Samstag gegen die Bayern, ist nicht mehr. In Leverkusen geht der Blick nach oben. Nichts muss, alles kann. Welche Zeit ich mir wünsche? Welche Überschrift, was würden Sie sich am Ende wünschen, was am 34. Spieltag dort steht? Bayer hat es geschafft, die Meisterschaft zu erreichen. Die Schale an Bayer Leverkusen. Das wäre mein Wunsch. Und wünschen, träumen, hoffen wird man ja wohl noch dürfen.